Steil, der SWR-Fußball-Podcast. Heute mit Manager Jan Schindlmeiser. Zum Thema, der Fußball muss umdenken. Wir haben doch kein Problem der Einnahmen. Es gibt genügend Geld im Profifußball. Um das überspitzt zu formulieren, hätten wir nur die Hälfte der Umsätze, hätten wir nur die Hälfte der Einnahmen im Profifußball, würde das Geschäft und das Geschäftsmodell genauso gut funktionieren. Und der Fußball wäre mit großer Wahrscheinlichkeit kein bisschen schlechter. Heute ganz allein. Ich fühle mich einsam, aber Corona macht so einiges mit uns in diesen Tagen. Da ist eine einsame Moderation nicht das Schwierigste. Ich bin froh, dass wir einen Experten haben an einem Tag, der wichtig ist für den deutschen Fußball. Jan Schindlmeiser, lange Jahre Manager in der Bundesliga bei der TSG Hoffenheim, Sportdirektor, Sportchef beim VfB Stuttgart. Aufstieg hat er geschafft mit dem VfB, mit dem Trainer Hannes Wolf, den er auch geholt hat. Viele Talente hat er entdeckt und in die Bundesliga gebracht. Und jetzt ist er uns zugeschaltet in Köln. Jan Schindlmeiser. Herr Soma, ich grüße Sie. Danke für die Einladung. Die Tendenz in Deutschland geht im Moment, was die politische Diskussion angeht, klar Richtung Geisterspiele. Dass diese stattfinden können, dass die Saison vielleicht zu Ende gespielt werden kann. Ist dann alles gut für den deutschen Fußball? Keine Spiele sind keine Alternative. So es denn so kommt, dass die Bundesliga spielen darf, muss man ja zunächst einmal dankbar sein, dass sie die Chance erhält, dass der Fußball die Chance erhält, in Deutschland diese Möglichkeit zu nutzen. Basis ist ein sehr gutes Konzept, das vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle, aber auch naturgemäß noch Fragezeichen offen lässt, die man aber auch kurzfristig gar nicht lösen kann bezüglich möglicher Infektionen von Spielern. Aber dass die Bundesligisten die Chance haben, jetzt wieder Fußball zu spielen, ihr Geschäftsmodell existenziell abzusichern, letztendlich auch wieder auf die TV-Schirme zu kommen und einen kleinen Schritt zurück zu machen, auf dem Weg, den wir uns alle für die Zukunft vorstellen, das ist erst einmal eine positive Nachricht. Wenn wir über den Fußball sprechen, den wir sehen werden bei den Geisterspielen, da befürchte ich, dass das schwierig sein wird. Es ist sicherlich im Augenblick auch nicht das allerwichtigste Thema, aber dass wir da keine Top-Leistungen sehen werden. Ich denke, wir müssen unsere Erwartungshaltung auch ein Stückchen reduzieren und das, was dort gespielt wird, auch als solches betrachten, als einen Anfang und als der Versuch, eine Saison zu Ende zu spielen. Das hat ja noch einen weiteren wesentlichen Aspekt. Welche Konsequenzen hätte es, tun wir das nicht. Wir sehen uns ja gerade in Holland, wo die Saison abgebrochen wurde, welche Entwicklungen sich daraus ergeben können. Fragezeichen bei der Besetzung der Platzierungen auch für das nächste Jahr im europäischen Wettbewerb. Aufstieg, Abstieg, Relegation. Da hängt ein Riesen-Rattenspanz dran. Wenn wir uns den auch mit Geisterspielen, die keiner toll findet, ersparen können, dann wäre das schon ein ganz wesentlicher Schritt. Was sagen denn diese Diskussionen über die Existenzangst vieler Bundesligisten über das Gesamtsystem Fußball aus? Sie haben jetzt gerade über den psychologischen Aspekt gesprochen. Wir haben bisher immer nur über die Finanzen gesprochen. Aber was sagt das aus, dass ein Betrieb, der 4 Milliarden Euro Umsatz macht pro Saison in der Bundesliga, so klagt, wenn mal ein paar Wochen nichts geht? Ja, also ich denke, zunächst einmal muss man festhalten, dass dieses Klagen respektive diese Sorgen um die Existenzangst, der eigenen Unternehmung, die Fußball nicht exklusiv hat. Schauen Sie in die Wirtschaft, da ist das ja aufgrund des Volumens noch viel ausgeprägt da. Da brauchen wir Milliardenbeträge, dreistellige Milliardenbeträge, um Unternehmen zu retten, die natürlich auch eine gewisse Systemrelevanz haben. Aber auch Player im Sportbusiness, nehmen wir Adidas, brauchen Unterstützung, haben große Nöte, haben im vergangenen Jahr noch Milliarden Gewinne erwirtschaften können. Also die Sorge um die Existenz des jeweiligen Geschäftsmodells, die hat der Fußball nicht exklusiv. Ich kann Ihre Frage natürlich verstehen und es sollte nicht so sein, das ist auch ein Thema für die Zukunft, dass das nie wieder passieren darf, dass ein Klub auch mit dreistelligen Umsätzen pro Jahr, so 150, 280 Millionen Euro, Schalke wurde immer wieder genannt, ohne jetzt mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, nach einem sehr kurzen Zeitabschnitt, nach vier Wochen oder nach sechs Wochen schon Gefahr läuft, in eine veritable wirtschaftliche Schieflage zu geraten. Das darf nicht passieren. Das wird auch eine der Konsequenzen sein für die Zukunft, dort auch eine Eigenkapitalbasis zu schaffen, auch Notfallpläne zu organisieren unter dem Dach der Liga mit Unterstützung der jeweiligen Klubs, um da Reserven aufzubauen für exogene Krisensituationen, für die die Bundesliga de facto, die Gesellschaft, nichts kann. Niemand hat die Situation, die jetzt eingetreten ist, zu verantworten. Aber ist das realistisch? Ist das tatsächlich realistisch, so wie Sie den Fußball kennengelernt haben, wo jeder bei 100 oder 105 Prozent operiert, um hinterherzukommen, um den größtmöglichen Erfolg zu sichern? Alles ist orientiert fast ausschließlich am kurzfristigen Resultat, am nackten Ergebnis. Wie kann es denn sonst sein, dass ein Klub oder auch ein Trainer, der mit einer Mannschaft arbeitet, nach zwei oder drei Spieltagen in Frage gestellt wird? Müssen wir unseren Blick auf den Wettbewerb, auf das, was auf dem Platz passiert, auch verändern? Dann muss es nicht vielmehr um die Leistung auf dem Platz gehen. Wenn die Leistung auf dem Platz in Ordnung ist, wenn ich weiß, und heute habe ich eine großartige Datenbasis, Daten werden immer besser, um auch herauslesen zu können, wie eine Mannschaft gespielt hat. Natürlich geht das am Änderungsresultat. Das wissen wir ja alle. Und das Resultat wird bewertet und fließt ein in eine Tabelle. Aber wenn die Mannschaft einen guten Fußball spielt, wenn sie sich eine Reihe von Torchancen herausspielt und wenig zulässt und das aufgrund unglücklicher Umstände zu Niederlagen kommt, kann ich nicht den Klub, die Führung, die Strategie und schon gar nicht den Trainer innerhalb kürzester Zeit in Frage stellen. Wir haben ja noch in der Winterpause auch bei Trainerentlassungen gehört. Wir können dem Trainer, Zitat, wir können dem Trainer keine Vorwürfe machen, aber das Momentum hat gegen ihn gesprochen. Das ist natürlich brutal. Und wenn man diese Vorgehensweise zu Ende denkt, dann führt das genau in diese Konstellation, dass alles nur auf den ausschließlich kurzfristigen Erfolg ausgerichtet ist und dass die langfristige Perspektive komplett hinten runterfällt. Und da haben natürlich auch die Medien eine gewisse Verantwortung. Da kann man sie und gar nicht persönlich, nicht von frei sprechen. Wie häufig lesen wir, oder haben es auch in der Winterpause gelesen, dass Clubs, die nicht noch einmal Geld in die Hand genommen haben, das sie gar nicht hatten, aber mit der Argumentation in das Risiko getrieben wurden, ihr müsst doch was unternehmen. Ein Abstieg kommt doch viel teurer. Oder wenn ihr die Champions League nicht erreicht, dann wird das noch viel teurer. Und wenn man dann davon ausgeht, dass mehrere Clubs um diese eine Position kämpfen, dann werden automatisch einige hinten runterfallen, die sich übernommen haben, weil sie diese sportlichen Ziele nicht erreichen konnten und sich daraus dann auch wirtschaftliche Konsequenzen ergeben. Dann fehlen nämlich die Mehreinnahmen, auf die ich gehofft habe. Und das wieder aufzuholen, insgesamt wirtschaftlich, aber auch was die Reputation des Clubs in der Öffentlichkeit angeht, das ist äußerst schwierig. Aber Sie haben es ja gesagt, diese fehlende Kontinuität, die ist ja auch teuer. Und diese Panikkäufe, die man hat, selbst waren ja beim VfB Stuttgart, gern genommenes Beispiel für sowas, wie viele Trainer hatte der VfB Stuttgart in den letzten 15 Jahren? Es waren viele, ich glaube so um die 20. Und das kostet ja alles Geld. Nicht nur die Gehälter, die du bezahlen musst für Leute, die nicht mehr für dich arbeiten, sondern eben auch neue Konzepte kommen rein, neue Wünsche für Spieler. Das kostet ja alles Geld. Natürlich, es gibt jedes Mal einen Bruch in der Ausrichtung. Und wenn das häufiger passiert, innerhalb von fünf Jahren, drei oder vier Mal, und dann tatsächlich auch vielleicht ein Trainer kommt mit speziellen Vorstellungen und die Klubführung, die sportlich Verantwortlichen, keine klare Linie, gemeinsame Linie etablieren, dann haben sie am Ende dort einen Kader stehen, der natürlich vorne und hinten nicht mehr zusammenpasst. Und das ist ja heute auch der Schlüssel bei der Planung auch eines Teams. Das Bedarf einer gemeinsamen Linie, da müssen Menschen zusammenkommen, die diese Pläne entwickeln, die sie gemeinschaftlich umsetzen, die sie zusammenhalten und die auch nicht vor den ersten Winden, die entstehen, wenn bestimmte sportliche Ergebnisse ausbleiben, zusammenbrechen, sondern diesen, wenn der Plan gut ist, diesem Plan treu bleiben, natürlich immer wieder auch Veränderungen vornehmen. Ich muss flexibel sein und mich der Situation anpassen können. Das ist eher eine sehr wesentliche Voraussetzung im Augenblick. Und wie wir die letzten Tage gelesen haben, scheint jetzt auch die Zeit zu sein für Reflexionen. Das ist schon mal ein sehr positiver Umstand, der sicherlich auch aus dieser Krisensituation resultiert. Und auch von Christian Seifert, der hat ein sehr gutes Interview gegeben in der FAZ, das hat mir gefallen. Vor allem hat mich auch die Offenheit überrascht, mit der er bestimmte Dinge angesprochen hat. Aber auch das, das kann nur ein erster Schritt sein. Bleiben wir konkret bei Christian Seifert nochmal, den Sie angesprochen haben. Glauben Sie an so ein Umdenken? Gerade konkret in diesen Punkten, die er genannt hat, Gehaltsobergrenze, Begrenzung der Beraterhonorare. Ist das realistisch? Das ist ein extrem dickes Brett, das dort gebohrt werden soll. Aber da sage ich Ihnen, dann fangen Sie besser heute damit an als morgen. Es ist sicher sinnvoll, über das Ausgabenverhalten, über grundsätzlich über die Ausgaben im Profifußball zu sprechen. Wir haben doch kein Problem der Einnahmen. Es gibt genügend Geld im Profifußball. Um das überspitzt zu formulieren, hätten wir nur die Hälfte der Umsätze, hätten wir nur die Hälfte der Einnahmen im Profifußball, würde das Geschäft und das Geschäftsmodell genauso gut funktionieren. Und der Fußball wäre mit großer Wahrscheinlichkeit kein bisschen schlechter. Wenn man dieses Thema umgedreht aufnimmt, dann bedeutet das in der Konsequenz, dass bei den Mehrsummen, die generiert worden sind, und der Fußball hat ja in den letzten anderthalb Jahrzehnten extrem erfolgreich gearbeitet. Das heißt, wenn man das Geschäftsmodell kritisiert, muss man ja fragen, was kritisiert ihr eigentlich? Es gab permanent Umsatzsteigerungen. Es gab höhere Zuschauerzahlen in den Stadien. Es saßen mehr Leute vor den Fernsehgeräten. Also das war ein extrem prosperierendes Geschäftsmodell bis heute. Ich glaube auch, dass der Fußball so widerstandskräftig ist und so stark, dass er diese Phase überstehen wird. Natürlich auch mit Beulen und mit Verletzungen. Er wird es überstehen. Aber wenn der Fußball, wenn die Verantwortlichen und Protagonisten jetzt nicht bereit sind, über Veränderungen nachzudenken, in der jetzigen Phase, wo auch die Menschen sensibilisiert sind, wo natürlich auch dieses Thema hohe Gehälter, Ablösesummen und Besonderstellung des Fußballs, Privilegien des Fußballs auch in der Öffentlichkeit diskutiert werden, wenn dieser Ball jetzt nicht aufgenommen wird und auch über einen Wertekanon gesprochen wird, die ja im Profifußball wahrgenommen werden wollen von den Menschen, von den Institutionen. Ich glaube, es gibt keinen günstigeren Zeitpunkt als im Augenblick. Um Ihre Frage zu konkretisieren, wie groß sind die Chancen, das tatsächlich umzusetzen? Es ist schwierig, aber darin liegt auch eine großartige Chance. Die Frage ist, ob wir das über Deutschlands Grenzen hinaus, über den Wettbewerb in der Bundesliga haben wir schon besprochen, da gibt es schon ganz unterschiedliche Ausrichtungen. Wie begrenzen wir dort möglicherweise Gehälter? Schau, eine rechtliche ist ja dann auch eine rechtliche Frage, das nicht so einfach ist. Du kannst ja nicht sagen, wir machen eine Gehaltsobergrenze und das ist ja vielleicht in manchen Ländern juristisch gar nicht möglich. Selbstverständlich darf der Fußball als solcher die Institutionen, die Klubs, sich eine Grenze auferlegen. Und wenn sie freiwillig ist, inwieweit das eingehalten werden kann, Herr Soma, ich weiß es nicht. Oder will. Natürlich, weil es am Ende, und wenn wir jetzt über Ausbrüche reden, dann sind das ja nur ganz, ganz wenige Klubs, die Gehälter zahlen können, die in der Öffentlichkeit dafür sorgen, dass die Leute irritiert sind. Und zwar auch zu Recht irritiert sind. Wo setze ich diese Grenze an? Bei Bayern München? Bei dem Gehaltgefüge? Oder bei Schalke? Oder bei Mainz 05? Oder Paderborn? Macht man so etwas fest an den Umsätzen, die ich generiere? Es gibt da ja einige Ansätze. Allein der Verweis auf den Zellericap, also ein Element aus dem amerikanischen Sport zu nehmen, sich sozusagen die Rosinen herauszupicken, ohne dann auch über die Nachteile zu sprechen, die sich aus diesem System ergeben. Das macht relativ wenig Sinn. Aber am Ende bringt es doch den Wunsch zum Ausdruck, Schieflagen, so wie sie jetzt entstanden sind, nicht wieder zuzulassen. Der Wettbewerbsdruck ist so groß, dass die Tendenz, immer wieder auch zusätzliche Einnahmen in die sportliche Substanz zu investieren, extrem groß ist. Grundsätzlich ist das auch nicht verkehrt, dass alle nach sportlichem Erfolg streben. Aber es muss in einer gesunden Balance stehen zur Wirtschaftskraft. Aber die Frage, die sich dann natürlich aufdrängt, ist, verdienen zu viele mit? Ja, aber zunächst mal muss man ja auch fragen, wie die ausreichenden Umsätze verteilt sind. Allein über die Verteilung, auch aus dem europäischen Wettbewerb, ergeben sich große Verwerfungen innerhalb der nationalen Ligen. Das ist auch ein schwieriger Spagat für die DFL. Auf der einen Seite, und ich denke, das ist auch Teil ihrer Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir einen vernünftigen Wettbewerb innerhalb der Ligen haben. So, wie wollen wir einen Wettbewerb, einen möglichen Wettbewerb gestalten, wenn der einen 70 Millionen Umsatz hat und der ganz oben 750 Millionen Umsatz hat? Das ist schwierig. Und wir können die Vereine ja nicht gleich machen. Es gibt natürlich Überlegungen dafür, in Zukunft auch das Fernsehgeld vielleicht etwas gleichmäßiger zu verteilen. Weil 10 Millionen Euro weniger für Bayern München hat nicht die Wertigkeit wie 10 Millionen Euro mehr für Fortuna Düsseldorf. Das muss auch jedem klar sein. Und das ist ein Thema, das natürlich auch innerhalb der Liga kontrovers diskutiert wird. Es macht Sinn. Auf der anderen Seite gibt es eine andere Frage, die genauso berechtigt ist. Die Frage, ob wir unsere Top-Clubs so stark machen, auch wirtschaftlich, dass sie im internationalen Wettbewerb erfolgreich sein können, um die Reputation der Bundesliga auch international zu erhöhen und darüber vielleicht auch wieder höhere Einnahmen zu generieren. Das ist ein gefährliches Spiel, weil die Diskrepanz und diese Schere, die sich dadurch ergibt, auch nach oben, natürlich auch wieder Anreizsysteme, auch gefährliche Anreizsysteme generiert. Denn alle wollen natürlich in den internationalen Wettbewerb, am liebsten in die Champions League. Und die Klubs, die das mehrere Jahre hintereinander geschafft haben, die sind ja fast nicht mehr einholbar, weil die Umsätze generieren, die für die anderen Klubs, die in der Bundesliga im Mittelfeld positioniert sind, nicht einholbar sind. Und dann habe ich natürlich keinen ausgeglichenen Wettbewerb, also nicht mal ansatzweise innerhalb der Bundesliga. Das ist vielleicht ein Thema, also diese Diskrepanz zwischen internationalem Wettbewerb, die Gelder, die dort fließen, und dem nationalen Wettbewerb anzugleichen, damit dieses brutale Streben nach dem nächsten Euro, um ihn sofort wieder in eine sportliche Substanz zu investieren, dass dieses Streben vielleicht etwas gebremst wird. Und da sind wir wieder bei der UEFA. Oder bei der FIFA, die offensichtlich ja in die ganz andere Richtung auch läuft, wenn man über Club-WM, über Nations League und so weiter redet. Es geht ja gerade in die andere Richtung. Ja, da geht es natürlich sehr stark um Politik, um Macht. Ich mag jetzt auch gar nichts über Herrn Infantino sagen, Da fröstelt es mich, Ideen, komplette Intransparenz, nicht offengelegte Vertragspartner, Unternehmen, Staaten, die da in Verbindung mit Herrn Infantino im Doppelpass versuchen, da eine Weltliga zu etablieren, locken die Top-Vereine auf diesem Planeten mit unglaublich viel Geld. Ja, das konterkariert natürlich all das, worüber wir gerade gesprochen haben, die Corona-Krise zu nutzen, um zu reflektieren. Und die Nachjustierung kann man gar nicht sagen, sondern elementare Dinge im Fußball, im Weltfußball zu ändern. Und da müsste man, da haben Sie recht, bei der FIFA zuallererst anfangen, in puncto Transparenz, aber natürlich auch im Hinblick auf die Wettbewerbe, die dort angedacht sind. Also niemand braucht eine Club-WM. Es braucht auch niemand eine Institution, eine Weltliga über den jeweiligen nationalen und auch kontinentalen Wettbewerben. Das weiß man in Europa. Die meisten Clubs, bis auf ganz wenige Ausnahmen, Juventus Turin hat sich da ja sicher auch nicht immer positiv hervorgetan mit der Familie Agnelli, schätzen den europäischen Wettbewerb, auch unsere Systematik, auch eine gewisse Stabilität, auch untereinander und den Wettbewerb. Und ja, die Einnahmesituation steht natürlich in Verbindung mit diesen Werben auch von den Infantinos für größere Wettbewerbe, weil jedes Mal, wenn es darum geht, vielleicht auch die Gelder aus den europäischen Wettbewerben etwas verträglicher zu verteilen, gibt es den Hinweis darauf, ja. Aber wenn ihr uns nicht mehr Geld gebt, und wenn das nicht besser auch noch an die absoluten Top-Vereine verteilt wird, dann gehen wir in die Weltliga. Da muss man ja fast schon auch sagen, ja, dann geht doch bitte endlich dorthin, dass dieser Druck auch auf die Verantwortlichen bei der UEFA bezogen auf die Verteilung der Gelder, die dort zur Verfügung stehen, aufhört und zumindest reduziert wird. Denn Sie glauben, das würde nicht funktionieren, eine Weltliga? Das ist letztendlich ein Kunstgebild und hat genauso wenig Sinn wie die Klub-WM. Ein zusätzlicher Wettbewerb, der die Kalender aufbläht. Auch da müsste man dringend reingehen und das reduzieren auf das Wesentliche. Allerdings, und ich denke, das muss man sich immer wieder bewusst machen, das gilt auch für die Bundesliga und auch für die Verteilung der Spieltage, bewusst machen, dass, wenn wir die Spieltage einschränken, auch weniger Geld zur Verfügung haben. Und da muss man sagen, ja, warum denn nicht? Was ist uns mehr wert? Und genau an dieser Stelle sehen wir jetzt gerade die Diskussionen und die Strömungen und auch das Reflektieren dessen, was die Menschen außen wahrnehmen, wie sie auf den Fußball gucken. Und vielleicht führt das auch dazu, dass wir die Anzahl der Spiele und auch die Verteilung der Spiele wieder auf ein richtig gutes Maß zurückführen. Auch so verteilen, dass auch die TV-Anstalten die Spiele auch anders erfassen, verteilen können, dass da wieder mehr Spannung reinkommt. Dass die Menschen, dass die Fans es mittragen. Mit der Konsequenz, dass ein bestimmter prozentualer Anteil an TV-Einnahmen dann weniger zur Verfügung steht. Wenn wir gerade bei diesen TV-Einnahmen sind, das ist ein sehr guter Punkt. Wenn diese TV-Einnahmen kommen, um auf die aktuelle Situation noch mal zu kommen, ist dann tatsächlich wirklich alles gut? Wir haben ja von der Wirtschaft schon gesprochen, die ja auch leidet. Stichwort Sponsoren. Ja, nein, wir sind ja nicht nur auf dem Weg, sondern wir sind schon in einer veritablen Rezession, in einer Wirtschaftskrise, dessen Ausprägung sich erst in den nächsten Monaten zeigen wird. Wir sehen jetzt so die ersten Zahlen auch aus Amerika, aus Deutschland, die Unternehmenszahlen im ersten Quartal. Die sind ja, da ist ja das, was gerade passiert ist, noch gar nicht richtig eingepreist. Und die sind trotzdem schon extrem, extrem schlecht. Wir sehen auch groteske Entwicklungen, dass es der Wirtschaft im Augenblick extrem schlecht geht, dass die Aussichten, zumindest die kurzfristigen Aussichten, extrem schlecht sind. Die Börsenkurse explodieren, sich völlig abgekoppelt haben von der wirtschaftlichen Situation. Wir wissen alle, dass da die Zukunft abgebildet wird, aber trotzdem, das ist schon, ja, schon ungewöhnlich zu sehen, was da gerade passiert. Aber es ist ein neuer TV-Vertrag auf dem Weg. Die Werbeeinnahmen im TV, da sind auch Sie betroffen, aber auch gerade bei den privaten Sendern, aber auch bei FaceTime und selbst bei Google, die werden jetzt im zweiten Quartal und auch auf absehbare Zeit deutlich niedriger sein. Wir reden jetzt nicht über große Konzerne, die Schwierigkeiten haben, die haben extrem viel Bargeld angesammelt im Laufe der letzten Jahre, dem wird es nicht schlecht gehen. Aber die Tendenz, dass dort viel weniger Werbeausgaben getätigt werden, auf Seiten der großen Unternehmen, das lässt ahnen, dass sich das auch auf den Fußball auswirken wird. Könnten sich Kräfteverhältnisse verschieben? Wenn man jetzt beispielsweise sieht, die Franzosen dürfen offenbar nicht mehr spielen, als eine der größeren Ligen, die Deutschen könnten spielen, dann haben wir schon mal da einen riesigen Unterschied an Geld hereinkommen. Vielleicht auch finanzielle Probleme, existenzielle Probleme bei den französischen Klubs, die die Deutschen dann wohl vermeiden könnten. Verschiebt sich da was? Ja, natürlich, wenn innerhalb Europas eine Liga spielt, wenn die Bundesliga die Möglichkeit dazu hat, dafür muss der Klub auch dankbar sein. Aber es ist auch nicht so, dass es vom Himmel gefallen ist. Die Liga hat sich intensive Gedanken darüber gemacht, ist vorstellig geworden, auch bei der Politik, bei den Entscheidungsträgern in den jeweiligen Institutionen. Die Bewertung dessen, was als Konzept vorgestellt wurde, ist ausgesprochen positiv. Dass es da noch den einen oder anderen Punkt gibt, der vielleicht einer Diskussion bedarf. Oder man auch einfach sagen muss, da müssen wir abwarten, was passiert, wenn es dann soweit ist. Dann passen wir uns an. Und wenn es gar nicht funktionieren sollte, hat man ja immer auch noch die Möglichkeit zu sagen, okay, dann stellen wir das wieder ein. Und auch darüber hinaus, denke ich, ist es auch wichtig, dass auch in Deutschland nicht alles zum gleichen Zeitpunkt wieder hochgefahren wird. Es macht doch auch Sinn, unterschiedliche Einstiegszeitpunkte zu finden für die jeweiligen Branchen, den Weg zurückzufinden in ein halbwegs normales Geschäftsumfeld. Aber wenn in Frankreich nicht mehr gespielt wird und in Deutschland weiter, dann kann das natürlich zu Verwerfungen führen. Vielleicht nicht bei den absoluten Spitzenklubs. Da gibt es in Frankreich ja auch nur ganz, ganz wenige. Eigentlich einen, der das wegstecken würde. Der hat allerdings ein anderes Problem. Der Thomas Duchel muss sich Gedanken machen, wie er möglicherweise, wenn es denn dazu kommt, die Champions League zu Ende spielt. Werden wir das sehen, dass eine Champions League zu Ende gespielt wird? Wer kann diese Frage seriös beantworten? Ich kann es nicht. Ich würde es mir wünschen. Aber Sie sehen allein an diesem Beispiel, dafür kann ich niemanden verantwortlich machen. Auch in Frankreich gibt es natürlich auch Stimmen, die das nicht so lustig finden, dass man die Liga jetzt einstellt. Am Ende wird das akzeptiert werden. Aber für die Klubs ist das brutal. Wie in Holland auch. Wir hatten das Thema eingangs. Es gibt keine festen Platzierungen. Wie werden die Champions League-Plätze verteilt? Was ist mit Relegation? Gibt es Mannschaften, die eine gute Chance hätten, sich vielleicht von den Abstiegsplätzen zu lösen? All die Diskussionen, die wir in Deutschland auch hätten, so wie die Liga nicht zu Ende spielen würden können. Insofern bin ich auch sehr froh, dass wir mit großer Wahrscheinlichkeit, wenn es denn so kommt, die Chance dafür haben, dass, wenn die Saison zu Ende gespielt war, werden kann, uns diese Diskussionen erspart bleiben. Und das wird uns noch weiter beschäftigen. Also zu glauben, dann steht schließlich auch der Kreis für Sie, zu glauben, dass jetzt mit der möglichen Freigabe der Spiele, wenn auch ohne Zuschauer, alle Probleme gelöst sind und dass es jetzt normal weitergeht. Nein, das ist ein erster vorsichtiger Schritt. Und das ist eine Notenmaßnahme. Sie hilft sehr. Aber da müssen noch einige weitere Steps kommen. Und ich befürchte, dass wir lange Zeit keine Spiele im Stadion begleiten dürfen, dass wir keine Zuschauer sehen werden. Das wird auch dem Produkt Fußball, das wir uns anschauen in einem leeren Stadion, möglicherweise im Olympiastadion, nicht wirklich nach vorne helfen. Da müssen wir alle auch große Abstriche machen und auch großzügig sein bei dem, was dort passiert. Aber wer sollte denn ernsthaft ein Interesse daran haben, der Bundesliga, also den Profifußball, den Stecker zu ziehen, wenn es nicht unbedingt notwendig ist aufgrund gesellschaftlicher, gesundheitlicher Expertise. Da muss ich natürlich auf eine aktuelle Nachricht kommen, die jetzt in Stuttgart gerade Thema ist. In Stuttgart waren Sie sehr beliebt, als Sie beim VfB Stuttgart waren. In dieser Woche hat sich der ehemalige Berater von Wolfgang Dietrich zu Wort gemeldet in einem Podcast, Andreas Schlittenhardt, und hat gesagt, warum Sie damals denn gehen mussten, hat das Verschwiegenheitsabkommen, das Sie mit dem VfB offenbar abgeschlossen hatten, hat Absurdum geführt. Mangelnde Teamfähigkeit war da zu hören. Kein Konzept für die Bundesliga, was die Spiele angeht. Was sagen Sie dazu? Soll ich wirklich darauf eingehen? Also grundsätzlich, ich habe es nicht gelesen. Es interessiert mich eigentlich auch gar nicht, was er gesagt hat. Mal abgesehen davon, dass das, was Sie jetzt gerade transportiert haben, ja großer Blödsinn ist. Was ich dazu sage, ist, überlassen wir das doch einfach dem Auge des Betrachters. Denjenigen, mit denen ich in Stuttgart zusammenwirken durfte über diesen Zeitraum. Und damit meine ich nicht nur mein direktes Umfeld, sondern insgesamt die Mitarbeiter, die Fans, die Menschen, mit denen man dort Kontakt hatte. Ich glaube, die können das ganz gut bewerten. Und die, die im Fußball, im eigentlichen Sport zu Hause sind, die können auch die Entwicklung auf sportlichen Gebieten sehr gut bewerten. Herzlichen Dank. Dann haben wir das auch nochmal besprochen. Das war wieder sehr spannend. Jan Schindelmeiser, herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und alles Gute für die Zukunft. Bleiben Sie gesund. Super. Ich danke Ihnen. Danke für die Einladung. Tschüss. Steil, der Fußball-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns mal bitte ein Abo da. Hier. Oder schaut mal hinter Jens rechtes Ohr. Ganz tolle Folgen. Klickt mal drauf. Lohnt sich.